Herzlich Willkommen zu Xenals bei Faktorio. Ich brauche Eisen. Ja, okay, noch ist alles. Im grünen Bereich. Hier dürfen wir nicht, hier können wir nicht wegnehmen, Leute. Hier können wir nur zwischendurch mal sowas klauen, so. Na, diese Reihe läuft ja eh. Ich habe die ganze Zeit da reingelegt. Ich blöd, Mann, ne? Das war schon ziemlich schlo. Äh... 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 Das nehmen wir natürlich da weg, wo wir es nicht unbedingt jetzt benötigen. Oh, danke. Äh... Äh... Ach so, Stein... Stein... Stein, Stein, Stein... Ja, wir brauchen Stein... Stein, Stein, Stein... Ja, wir brauchen... Ein... Danke. Ja, stellen wir einfach alle her. Dollar durchrattern lassen. Habe ich jetzt nichts gegen. Dann habe ich einfach mal welche im Voraus, weil wir sind ja noch lange nicht verliebt. Das ist schon heftig, was gerade an Öl durchgeht. Ich hätte gedacht, wir würden weniger verbrauchen. Nochmal zwei Stück. Okay, Brotolium wird immer weniger. Das hier wird... Wird nicht unbedingt weniger. Drei, sechse, neune. Wir haben hier neun Tanks. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Wir haben hier zwölf Tanks. Das wird... Das ist akzeptabel. Das ist... Alles gut. Das hier ist ein Problem. Wir kriegen das hier nicht weg. Wirklich nicht. Wir kriegen es nicht weggearbeitet. Das ist blöd. Das ist das. Ja, das ist dieses Rohr. Aber hier ist auch nicht... Das Rohr ist aber auch nicht voll oder so. Seit wo wir hier die Pumpe dazwischen gesetzt haben, ist das eigentlich ziemlich gut. Aber ich finde es gerade ein bisschen blöd. Dass das hier halt nicht weniger wird, ne? Wir pumpen hier oben so viel durch. Oh, Leute. Das hier ist aber alles voll. Ne, das ist leer. Wo bleibt mein Öl? Habe ich kein Öl mehr? Wo ist mein Öl? Mutti. Das ist auch leer. Das ist auch leer. Das ist auch leer. Wir haben kein Öl. Deswegen laufen die Produktionen nicht richtig. Uns läuft das Öl aus. Okay, ganz easy. Wir müssen jetzt erst um weitermachen. Ich muss das jetzt erst um abschließen. Dann bauen wir uns einen Zug für die Eisenbahn. Dann kümmern wir uns um die Ölproduktion. Weil wir müssen dann wirklich ein Ölfeld suchen, was wir mit Zug befördern. Was ist denn das? Das sah ein bisschen krüppelig aus. Aber jetzt seid mal ganz ehrlich. Das ist das Einzige, was ich in der Nähe habe. Oder das? Wir haben nichts. Das ist einfach krass. Sorry, das wäre natürlich Brumbe, ne? So müsste ich mir hier halt einen Weg bauen. Ich muss gucken. Das Problem ist halt jetzt. Das ist scheiße. Dann werden die Feuerspeidinger bald auch nicht mehr funktionieren, wenn wir kein Rohöl mehr haben. Wir knallen halt gerade wirklich alles durch. Wir zerreißen gerade unsere Produktion. Was ist das? Wisst ihr, was ich komisch finde? Guckt mal. Hier ist so ein gelber Strich. Da oben auch auf der Karte. Ja? Und was? Hier ist es doch auch. Das verstehe ich nicht. Und das Stromkabels. Und das habe ich hier irgendwo nicht. Nein. Wir haben überall die... Das verstehe ich nicht. Warte da, diese kleine Kante. Verstehe ich nicht. Das hier kann es natürlich auch weg. Nein, wir haben jetzt keine Zeit. Können wir mich zu viel um andere Scheiße. Sorry. Das machen wir jetzt mal weiter. Nein. 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 Mm. Das ist doch nicht. Ja, so muss es. Okay. Weg mit dem Gedöns. Du willst den nicht, du willst den nicht. Gut, dann machen wir das halt so. So, zwei. So. Perfekt, oder? Ich denke schon. Kisten sind immer noch nicht voll. Wolltest du mich verarschen? Wer fängt da jetzt so langsam an? Gut, wir müssen eh nach unten und erst noch unsere Station bauen. Nein, wir machen jetzt erst was anderes. Ich brauche fünf Stück von denen. Danke. So. Du kommst hier angefahren. Hier muss nirgendwo ein Signal hin. Das ist nämlich alles Bullshit. Das bedeutet, hier muss ein Signal hin. Dieses Signal wird dann da wieder freigegeben. und wenn er hier rüber fährt, wird das Signal da freigegeben. Fertig. Hier genau das gleiche. Hier gibt es ein Signal. Dann gibt es ein Signal. Das Signal wird spätestens hier schon wieder freigegeben. Fertig. Das war's. Also jetzt warten wir halt auf die Eisenbahn. Dann fangen wir mit runter. Und dann muss ich gucken, wie ich unten... Ich habe das hier auch alles mit roten Bändern gebaut, aber das machen wir da oben nicht. Das sollte auch vollkommen so reichen. Wenn die Kisten einmal voll sind, sind sie voll. So viel nimmt man ja nicht da raus. Und mehr wie zwei Kisten als Lager müssen wir auch, glaube ich, nicht mehr bauen. Also... Wo bleibst du denn? Herbert. Da kommt Herbert. Danke. Einsteigen. Na, und hier ist ja alles schon mit Superbenzin. Dass es da oben noch nie gekracht hat, weil wir da auch keine... Ein ganz anderes wundert mich, aber gut. Oh, danke. Entschuldigung. Das muss alles weg. Danke. So, dann hatten wir hier irgendwo unseren Bahnhof. Bahnhof, Bahnhof. Das sind Maschinen. Wir hatten das, ne? Ist unser Bahnhof. Richtig. Das ist unser Bahnhof. Ich jetzt... So, wäre die richtige Höhe. Machen wir dann auch so. Aber ich kann ja... Das ist ja Bullshit. Hier habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Der ist zu niedrig. Das ist eigentlich das Wegfahrgleis. Oh, das ist doof. Der hätte höher gemusst. Oh, das ist kacke. Ja, dann müsste ich hier unten nochmal einen Wegfahrgleis machen. Also, wenn wir hier unten... Das hier ist ja das Wegfahrgleis. Das ist das Wegfahrgleis. Das ist das Wegfahrgleis. Das hier gibt das wieder frei. Hier wird gestoppt. Hier wird gleich wieder freigegeben. Ähm... Hier wird gestoppt. Da oben wird wieder freigegeben, wenn er da drüber ist. Alles klar. Ja, weil da ist ein Fehler. Und dann muss ich das jetzt wirklich als Wegfahrgleis lassen. Darüber muss der Bahnhof. Ei, 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 das ist doof gewesen. Also so ruhig ein bisschen höher. So. Ich will mich jetzt hier hin. Und dann beobachten wir, was uns fehlt. Blaue. Was fehlt uns noch? Kisten. Ja, Kisten. Sind wir alle blauen weggearbeitet? Uns fehlen noch 30 blaue. Uiuiui. Brechen bitte. So, uns fehlt ein Zugssignal. Da fehlen uns auch gelber und ein bisschen Stahl und sowas. Okay. Das ändern wir sowieso. Okay. Das kannst du dann schon mal hier so ein bisschen bauen. Dann hat er den Auftrag wenigstens erledigt. Äh, blaue, Stahl und den ganz gut. Hm. Hm, 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 hm. Ein bisschen Stahl muss sein. Mit etwas Ruhe und Gemütlichkeit. Da, 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 da. Eine brau mal. Hm. Hm, 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 hm. Haben wir denn schon? Müssen ja davon auch noch ganz viele herstellen, ja? So. Dann haben wir das schon mal gut weggearbeitet. weggearbeitet. Oh. Was ist los hier? Wo ist mein Stahl? Junge. Das ist nicht nett. Wo ist mein Stahl hin? So, Kisten haben wir. Wir brauchen von denen welche. Und das bedeutet Eisenplatten und Grüne. Ja, Kevin, du solltest dich schon aufs Förderband stellen und das einsammeln. Alles andere wäre ein bisschen dumm. Danke. Fünfe, Zähne, 15, 20, 25, 30. So. Dann hier die... Ja, scheißegal, es geht alles schnell. Wir bleiben jetzt erstmal hier stehen. Zack, zack. Macht da alles schon. Was geil ist, er bringt es halt einfach hier her. Es ist halt einfach... Ja. Die 6er-Emplotto, diese... Paar... Paar Blaubausen. Wir hatten nur noch einen, oder? Noch mal weg hier. Ich hab keinen mehr. Fertig gebaut. Es ist alles fertig. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Strom. Dann können wir auch... einfach nochmal welche herstellen. Stellen. So, Strom hat der ganze geklackert. Dutsch auch. Das kann erstmal weg. Das ist die Einfahrt. Das hier ist die Ausfahrt. Da muss man drauf. Obwohl ich das überhaupt hinkriege, so steil nach unten. Ja, das funktioniert nämlich wahrscheinlich nicht. Und das... nicht funktionieren. Noch. Oje, ist das gut so? Oje, das könnte wirklich, äh... eine Katastrophe geben, ne? Er muss da stehen... Er muss da stehen, wenn mir was passiert. Und da muss er freigeben. Ja. Dann könnte das ganz gut funktionieren. Ähm... Wir müssen da ja ran. Bedeutet, das hier ist die Ankunftslinie. Ja, eigentlich schon ausreichen, ne? Machen wir mal so. Noch ein bisschen kurz. Noch ein bisschen kurz. Noch ein... Ja. Zur Rakete gehen. Weg. Er ist nicht geflogen. Versuche gerade hier mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen in das ganze System. Einfach nicht mehr in diese Massen durchhauen. Wirklich. Das Öl ist gerade richtig derbe. Das wird gerade weniger, weil wir wirklich... Also das Problem ist wirklich, dass wir bei hier immer noch zu viel haben. Wir haben kein Öl. Aber das ist immer noch zu viel. Das ist so komisch irgendwie. Wirklich. Wirklich. Also... Ich habe gerade keine Ahnung. Aber ist okay. Ähm... Das und das passt. Wir brauchen eins... Wir brauchen eins, zwei, drei, vier. Vier Waggons haben wir. Wir brauchen die Eisenbahn. Und dafür brauchen wir gelbe Motoren. Ähm... Ähm... Da. Danke. Zack. So. Waggon. Waggon. Das ist jetzt erst mal gucken. So viel habe ich noch nie gehabt. Äh... Was machen wir denn immer? Zeit vergangen, ne? Das ist eh hier falsch. Ähm... Hier war 8, 12, 16... Ein paar Zahnräder. Okay. Die 5 sollten reichen, um alle grünen auszutauschen. Sind die alle falsch? Ne, noch nicht. Gut. Ähm... 20 Sekunden vergangen. Und das hier ist... Und das hier ist... A-K-A-Station. Äh... A-K-A... Ja. Äh... Zeit... Ne, Inventar voll. Ja. Wollen wir mal mitfahren und gucken. Ach halt. Hier fehlt noch was. Das bedeutet... Das bedeutet... Hier... Hier wird das Signal wieder freigegeben, was hier gesperrt wird und du gibst da das Signal frei. Richtig. Und er würde das Signal freigeben. Warte, 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 warte. Er würde das Signal freigeben, wenn er hier ist. Warte. Richtig. So. Dann stellen wir mal ein... Und sagen... Ja. Ja, jetzt wird natürlich 20 Sekunden gewartet. Ist ja logisch. Mal gucken, wie es funktioniert. Und ob wir ankommen. Ich sage erst mal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Und vom B buddies, unie Take. Nichts modification. Jetzt gehen wir mal ein...